Jo Leute, E-Beams, NTK-Games und willkommen zu einem Video. Ich wollte mich bloß am Anfang dafür entschuldigen, dass ich so schlecht bin in Minecraft. Ich habe jetzt ungefähr, seit ich das letzte Video gemacht habe, keinen Minecraft mehr gespielt und ich bin ultra, ultra, ultra kacke geworden. Deshalb entschuldige ich mich vorher. Das Video soll auch nicht lang werden, also danke fürs Zusehen. Auf jeden Fall komme ich zum Schluss, soll ich jetzt weitermachen mit YouTube oder nicht. Viele Leute meinten so zu mir, ja OTK-Games, mach doch weiter oder warum machst du denn kein YouTube mehr? Und ich meinte dann so, ja Schule ist für mich wichtiger und ich schaffe es einfach nicht mehr aus der Schule, weil ich ziemlich oft lernen muss. Und da meinten die so zu mir, ja dann mach doch einfach am Wochenende ein Video. Und ich habe dann darüber überlegt, ob das nicht zu anstrengend wäre. Und dann bin ich zum Schluss gekommen, dass ich das wahrscheinlich so machen würde. Aber ihr dürft entscheiden, ob ich das überhaupt machen soll. Wenn ich das machen soll, dann gebt mir doch ein Like und schreibt in die Kommentare rein, OTK-Games, mach einfach weiter mit YouTube oder ja, mach bitte weiter oder sonstige Sachen. Und wenn ich nicht mit weitermachen soll, dann gebt doch ein Dislike und schreibt rein, OTK-Games, mach nicht weiter oder mach bitte nicht weiter. Oder schreibt einfach Nein rein und dann weiß ich Ja oder Nein. Und dann werde ich sehen, ich werde dann zu dem Schluss kommen. Und ja, auf jeden Fall, dann könnt ihr entscheiden, ob ich weitermachen soll mit YouTube oder nicht. Und dann sehen wir uns vielleicht bis zum nächsten Video oder auch nicht. Dann tschau und viel Spaß noch. de Bis zum nächsten Mal.